Ja, moin zusammen, willkommen zurück zu den verlorenen Seelen. Es ist inzwischen nicht mehr Sonntag, aber ich krieg's schon hin. So, warte mal, hier unten leuchtet das doch noch irgendwie. Achso, da muss ich das M finden. Das M hatte ich, glaube ich, noch nie am Start, ne? Was ist das? Da ist der Kran-Teilgriff. Ja, mehr gibt's auch nicht. Und die Münze. Okay, warte mal, Münze, war das nicht... Äh, wo war das noch? Wo war das noch? Wo war das noch? Ne, nicht hier. Hab ich da eigentlich schon zwei zusammen? Ne. Ne? Wo kann ich denn noch die Münze gebrauchen? Ne, hier nicht. War das... Ne? War nicht hier irgendwas mit einer Münze? Bei ihr war das mit der Münze. So, ne? Ja, okay. Wer ist verwundert? Ist irgendjemand verwundert? Guck mal, da hat sie was fallen lassen. Oh, hab ich schon gesehen. Hey, ist alles okay? Es sieht so aus, als hätte sie mal etwas gehalten. Ich muss herausfinden, was es war. Du hast etwas gehalten? Äh, was hast du denn gehalten? Einen Ring. Nein, keinen Ring. Hm, den Griff sicherlich auch nicht. Ah, keine Ahnung. Ja, ich muss wohl noch herausfinden, was es war. So, die Blumenmarke. Äh, äh, ja. Äh, warte mal, war das nicht an einem dieser... Ne, hier nicht. An welchem Bild war es denn wohl? Hier. So, und jetzt ein Herz. Ein Reichsapfel. Was? Ein Reichsapfel? Hm. Hast du einen Reichsapfel gehalten, Liebes? Tatsächlich. Oh, okay. Dankeschön. Okay, wir bekommen eine Marke und ein Ballerinaherz. Da können wir aber noch nichts dran machen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die, dass die, äh, grü... Na, wenn ich drüber fahre, dann... Äh, erschein... Ne, hier. Dass die grünen, ähm, Kreuze, dass, dass die immer erscheinen. Also, das wäre irgendwie, glaube ich, ganz clever gewesen, die auszublenden oder grau zu machen, wenn man halt eben die passenden Teile gerade nicht am Start hat. Ähm, so, also, die Marke. Hm, die Marke, die Marke, die Marke, die Marke, nicht hier. Ja, M-H aus, die Marke, die Marke, wo kommt denn die Marke hinein? Nicht hier. Die Marke, die Marke, die Marke... Na, du? Wie kriege ich das denn... Hm, was versteckt der? Wie kriege ich das Ding dann auf? Nicht mit dem Kran, nicht mit dem Griff, nicht mit dem Ring, mit der Marke auch nicht. Hm, kriegst du den auf? Ne. Okay. Ah, schade. Mit dem Flammenwerfer. Nein, mit dem... Was? Auch nicht. Flügel? Nein. Nicht die beste Idee. Danke für... Danke. Hm, okay. Da braucht es noch den Schlüssel, aber ansonsten haben wir hier nix. Okay, hier braucht es das M. Wenn ich jetzt noch eins zurückgehe, dann bin ich wieder zu Hause, ne? Ja, dann bin ich wieder zu Hause. Äh, wofür kann denn die Marke gut sein? Ich fürchte, ich muss mal auf der Karte nachsehen. Da hinten? Am Turm? Echt? Am Turm? Ach, natürlich am Turm. Ich dussele. Klar, ich hatte es doch gerade noch geöffnet. Bringe alle Marken an die richtige Stelle. Alle Marken müssen mit den Farben des Dreiecks übereinstimmen. Was? Also... So, hier so? Ah, okay. Ich sehe, warum das schwieriger werden kann. Ähm... So und so. Dann haben wir es doch, ne? Ja, cool. Astrein. Prinzessinzimmer. Hallo. Du musst du Margarets Bruder sein. Sie hat mir über dich erzählt. Habt ihr gekommen, um ihre Säule zu retten? So ist es. Weil Samuel, ihr Säule ist mit negativen Elementen, und Ordnung ist in Chaos. Hm. Ich bedanke dich, stopp, Samuel. Du bist der einzige, der das kann. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Flosse. Ach man ey, das tut mir so leid für euch. Das ist so. Äh, ich muss ihr und den Einheimischen helfen, sonst werden sie alle elendig sterben. Ach, das ist so unnötig. Wer hat dieser Typ los? Die Tür ist kaputt, aber dahinter befindet sich etwas. Ein bisschen mehr Demut würde dem ganz gut stehen. Aber, naja, was rede ich da... Moment, war da Cola? Nein. Ähm. Aber was rede ich denn von jemandem, der nichts weniger als die Welt herrschaft will? Ah. Ich brauche den fehlenden Hebel. Das mag doch dieser sein. Das ist nicht dieser. Hm. Okay, den nicht. Nein. So, was haben wir dort? Da kommt der hin. Okay. Gut. Und da wird gewimmelt. Jawohl. Ein M. Oh, das M. Sehr gerne. Hm. Guck mal, das sehe ich da oben schon. Astrein. Ich habe alles, was ich wollte. Können wir da gehen? Hm, wohl nicht. Dominos. Dominos 1, Kleeblatt und Sicherung. Dominos 1, Kleeblatt und Sicherung. Da ist eine Sicherung. Ähm. Was ist hier? Was passiert, wenn ich den Vogel aufziehe? Hm. Wir sollten es herausfinden. Das kann ich öffnen. Da sind Zettel drin. Okay, da sind Dominos. Da sind Dominos. Also ein Aufziehschlüssel 1 und ein Kleeblatt. Nicht wahr? Kleeblatt ist hier. Eins ist hier. Und der Aufziehschlüssel ist... Ich habe das wieder vergeigt, ne? Die Sache mit den Zehen fehlt uns ja noch als Achievement. Ring habe ich hier gesehen. Eidechse, Katze. Wir haben vielleicht noch ein oder zwei Bimmelbilder. Warte mal, das sind eins, zwei, drei. Okay, das heißt, wir müssen fast alle auf einmal finden. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Hm. Ehrlich gesagt ist mir das ganz schön egal, aber verraten wir es nicht weiter. Eidechse und Katze. Ähm. Eidechse und Katze. Eidechse. Was hier alles wird? Da ist die Katze. Ähm. Bäm, bäm. Und die Eidechse. Und wir brauchen noch ein Tintenfass. Tintenfass haben wir hier. Mit Feder. Okay, wir benötigen die... Nee, dazu muss ich jetzt den Vogel aufziehen. Okay. Hm. Da ist die Eidechse. Wo haben wir denn den? Ist das ein... Das ist kein Aufziehschlüssel, glaube ich. Nein. Hm. Da, 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 da. Schere. Wir brauchen auch noch eine lila Fahne. Müssen wir die... Ja, die soll abgestimmt werden. Okay, cool. Haben wir. Eine Lampe sollen wir auch noch... Ah, hier, da fehlt die Glühbirne. Da unten ist die Glühbirne. Immerhin die. Aha, sehr gut. So, aber... Was mag der denn wohl für einen Aufziehschlüssel haben? Da? Oh, da ist der drin. Hahaha. Clever Spiel. Clever. Mhm. So. Jawohl, das M. Nichts anderes wollte ich haben. So, müssen wir uns doch weiter umsehen. Vermutlich nicht. Halt doch, warte. Gibt es hier... Da, eine Maske. Okay. Nein. Oh, doch. Geh ins Museum. Nein, 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 nein. Lass uns bitte hier erstmal weiter gucken. Dem armen Fisch fehlt eine Flosse. Ja, kein Ding. Oh, vielen Dank. Uh, vielen Dank. Gibt es hier dann noch eine Maske versteckt? Gut. Ah, ich sehe zumindest keine mehr. Aber gut. Ähm, so. Hier oben fehlt noch das Dreieck, ne? Ah, und da? Info. Stell das Bild wieder her. Siehst du? Als ob ich es schon vorher war. Wähle zwei angrenzende Teile aus, um sie zu vertauschen. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Also du zum Beispiel darüber. Ah, vielleicht noch einen. Oh, cool. Passt. Passt sogar sehr gut. Ähm. Du dein... Aber warte mal. Du kommst doch hier hin. Kann das... Ja, sieht gut aus. Okay, cool. Ähm. So, wenn ich euch tausche. Nee, du siehst da doof aus. Ähm. Das sind zwei von den Typen, ne? Der Kopf passt da meines Erachtens nicht drauf. Okay, machen wir erstmal weiter. Hier unten, da ist irgendwas Spiraliges. Das könnte dieses Ding hier sein. Ja. Und dies hier kommt wahrscheinlich da auf die linke Seite. Oh, ist nochmal kaputt. Aber... Oh, warte. So, jetzt wieder ordentlich. Okay, du kommst da hin. Das heißt, du kommst hier hin. Das ist schon mal der... Der oder die eine. So. Oh, die gehören doch zusammen. Ah, okay. Gut. Also, ist das nicht Elb-Prinzessin? Hm. Gut, was weiter? Du hier vermutlich dort an die Seite. Ja, sehr gut. Ah, du. Hm. Könnte funktionieren. Okay, und du da hin. Okay, und du da hin. Schade, dass das nur vertikal ist. Gibt es einen schweren Modus? Hm. Ne, sehe ich nirgendwo. Hm. Hm. Du passt da hin. Du passt aber eher hier hin. So, und jetzt muss ich euch beide noch ertauschen, ne? Ja, okay. So, und so, und so, und so. Na, guck mal. Hm. Oh, der Ballerina fehlt ein Herz. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und was ist das? Ein Herz. Warte mal, den Ring haben wir doch. Augenblick. Kann ich den schon da drauf packen? Nee, noch nicht. Hm. Okay. Irgendwas ist in dem Ring drin, sodass das Herz wiederbelebt wird. Was auch immer. Aber dann bekommst du das Herz, ne? Ja. Ja, ähm, so, wir haben das M und wir haben ein Türriegel. Okay, vielleicht erst mal die Sache mit dem M, ne? Gut, ja. Ja, dankeschön. Warte mal, ist das die zweite Herzhälfte? Nee, Bildfragment steht da drauf. Das ist es nicht. Hm, Bildfragment. Äh, äh, oder ein Türriegel? Hm. Ein Türriegel? Warte mal, ein Türriegel? Nein. Nee. Da braucht es den Notenschlüssel. Denk, 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 denk. Was ist hier? Da ist, es leuchtet zwar, es sind die Zahnräder da, aber da können wir wohl nichts mit machen. Kommt vielleicht noch. Gut, sonst haben wir hier nichts und da auch nichts. So, hier braucht es die beiden Dinger, die beiden. Ich hätte schwören können, dass ich schon eines davon gefunden habe. Eine von diesen, äh, warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Eine von diesen Perlen. Na, ist wohl nicht so. Na gut. Okay, so, was haben wir noch? Irgendwas, was oben gemacht werden müsste? Nein. Hier ist auch nichts. Da ist eine Perle drin. Hm, kann ich die irgendwie raushebeln mit irgendwas, was ich habe? Hm, Kran? Nee, eigentlich auch nicht. Oh, warte mal, Kran teil. Und so. Aha. Nee, Moment, den erstmal rausziehen. Nee, ich muss den Kran zusammensetzen. Okay. Okay, so. Äh, so. Und so. Nee, nicht so. So. Hahaha. Hab's die ganze Zeit sehr dabei. Und, tja, schade. Jawohl. So, jetzt haben wir aber eine von den Kugeln. Leider ist die erste von zwei. Aber nun, immerhin. Getting there. So, ist hier eigentlich noch eine Maske versteckt? Hm. Wenn sie es ist, dann sehe ich sie zumindest nicht. Okay. Am Turm. Haben wir hier noch eine Maske? Da geht's hoch in das Prinzessinzimmer. Ja, du bist ja guter, ne? Ja. Ah, ich glaube nicht, dass er Hilfe braucht. Da haben wir gestanden. Okay. Gut. Oh. Äh. Oh je, das ist so. Oh, dieser Typ. Äh, äh, echt jetzt mal. Ah, lass sie doch. Ähm. Türriegel. Juhu. Juhu. Okay, gut. Lass uns mal ins Museum gehen. Hier, ne? Äh, äh, zehn Münzen haben wir. Nehmen wir erst das Teure. Äh. Wofür ist, ach, da hast du das Münzen. Schick. Oh ja, ich will das Riesenrad. Ja, auf jeden Fall will ich das Riesenrad. Oh, schön. Voll romantisch. Hm. Das ist da, wo, da, wo ich früher lebte. Ähm, da gab's dann auch immer einen Jahrmarkt. Weißt du, du hast nicht genug Münzen? Hatte ich nicht noch. Oh, acht braucht es. Acht. Oh. Warte mal, vier habe ich noch, dann nehmen wir den Vogel. Also da, wo ich, äh, früher lebte, da gab es einmal jährlich einen Jahrmarkt und, ähm, Schützenfest. Ist mit Riesenrad und es war immer wild romantisch, sich dann ein, äh, ein Glas Sekt zu holen und, ähm, also genau den Zeitpunkt abzupassen, ähm, dass das Riesenrad anhält, wenn das Feuerwerk startet. Wild romantisch. Oh. So, was noch? Hier kommt auch irgendwas rein. Ich, ich kann nie den richtigen Stecker finden. Hey, nicht so negativ. Natürlich finden wir den Stecker selbst, weil freilich. Das Ballerinaherz da, lass uns erst mal, äh, wo hatte ich denn die Ballerina nochmal gesehen? Äh, war die nicht hier drin? Die war hier drin. Gut. Das ist nicht für sie. Oh, ach so. Ja. Ich muss ja noch diese... Moment. Das scheint nicht, das ist das richtige Herz, ne? Oh, warte mal. Du und dann kommst du da rein. Jetzt brauchen wir noch die zweite Hälfte, aber das kann ich noch nicht machen. Ach, du liebe Zeit. Okay. Bist du sicher, dass dieses Bildfragment nicht dazu gehört? Oh, offensichtlich. Aber da, wir haben's doch. Hm. Ich sollte vielleicht nochmal mehr Kaffee organisieren. Mir scheint, ähm, ja. Ja, es funktioniert. Gut, hab ich Ballerinaherz. Oh, vielen Dank. Ah, sehr gut. Okay. Okay, da können wir jetzt in das Haus zurückgehen und dieses Ding hier lösen. Ja und ja. Vier von vier, die Tiermarken. Und ein Smiley? Was? Guck mal. Das kannst du, glaube ich, gut gebrauchen. Das kann er wirklich gut gebrauchen. Äh. Nanu? Äh. Okay. So einfach war das? So, wir haben noch ein Bildfragment und ein Zirkusdach. Und hier kommen wir jetzt auch ran. Naja. Mitnichten. So. Und so vielleicht. Guck mal, die haben das. Ah, das ist so furchtbar. Die haben das hier alles zu ihrer Geschichte gemacht. Wie die beiden hier aufgetaucht sind. Hm. Hatten die keine eigene? Also, so. Kreide, Kugel, Lupe und Säge. Säge. Hält! Warte! Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay. Wird schon knifflig, aber wir könnten es hinkriegen. Hier fehlt ein... Hier fehlt das da. So. Kamera. Ampulle und Pipette. Jetzt darf ich mich nur nicht verklicken, sonst ist es vorbei. Hm. Ähm, was ist hier? Warte mal, da. Wo? Da? Das Gewicht der Handel ist nicht ausgeglichen. Ähm. Das hier ist... Ne, das sieht doch aus wie vom Rollerblades, ne? Da. Okay. Haben wir auch. Rollschuh haben wir auch. Gut. Ähm. Die Kugel hätte ich gern. MMM, eine Gewichtsscheibe. Was ist da? Die Pipette fehlt. Okay. Haben wir auch. Die Gewichtsscheibe. Wo ist die Gewichtsscheibe? Ähm. Ach, da ist sie doch. So. Also. Jetzt heißt es Konzentration. Ui. Ähm. Kreidekugel. Kugel haben wir hier. Ampulle mit Pipette. Die Kamera. Ähm. Wo ist die Kreide? Da ist die Kreide. Lupe, Kamera. Lupe. Lupe, Lupe, Lupe. Lupe, Lupe. Äh. Lupe. Lupi, dupi, du. Wo bist du? Hm. Sehe ich gerade nicht. Schwamm. Spitzhacke, Uhr. Uhr. Spitzhacke. Ist da unten? Bleistift, Rollschuh, Hantel. Bleistift, Hantel, Rollschuh. Puh. Okay. Auf geht's. Also, mal gucken, ob's klappt. Da, 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 ja, es hat funktioniert. Hey. Juhu. Hehehe. Es hat geklappt. Ähm. So, aber wir brauchen immer noch die Lupe. Da ist sie doch. Da liegt das dumme Ding und drückt sich nicht. Kugel. Yes. Okay. Warte mal. Lass, da, ich muss gucken. Ich muss gucken, wo kriege ich das hin? Auszeichnung. So, Wimmelbild ohne Tipp haben wir. Ja, easy peasy, easy. Mh. So viel dazu. So, und die restlichen waren, glaube ich, Geschichte, ne? Nee. Schließe eine Wimmelszene in unter einer Minute ab. Das brauchen wir auch noch. Skizzenbuch. Die dritte Welt. Die vierte, fünfte Spiel abgeschlossen. Okay, das hier weiß ich noch gar nicht. Hm, hier habe ich auch keine Idee zu. Aber hier, schließe eine Wimmelszene in unter einer Minute ab. Das könnte auch noch relevant werden. Ach, ja. Okay, man kann sich das... Ich weiß, es gibt da so dieses Ding mit... Es scheint ja eine Riesensache zu sein. Hier von Speedrunner. Die möglichst schnell durch ein Spiel durchgehen. Ehrlich gesagt. Ja, ich finde es faszinierend, das zu beobachten. Aber das ist irgendwie so gar nicht meins. Also, nicht so meine Welt. Ich möchte da ein Spiel lieber erleben. Und die Geschichte erleben. Und mich da so ein bisschen auch reinfinden, wenn es geht. Platziere die elektrischen Kugeln auf dem Spielfeld, um die Kugeln auf dem Spielfeld zu erleuchten. Alle Kugeln müssen aufleuchten. Okay. 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 Gut. Das hier. Das da. Das könnte etwas komplizierter werden. Aber das hier scheint mir erstmal ein guter Anfang. So, da leuchten die. Es wird wohl symmetrisch sein, ne? Die. Alle Kugeln. Okay. Dann die hier. Ja, es wird wohl sehr symmetrisch sein, gell? Also, dann die. Ne. Guck mal, so ganz passt es schon nicht, ne? Ne. Ich gehe mal erstmal mit dem hier. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da. Ne, es ist nicht ganz symmetrisch. Das ist nicht ganz symmetrisch. Es ist nicht ganz symmetrisch. Die da fehlen noch. Hm. Ne. Ne, auch nicht. Es bleibt immer eine übrig, ne? Also, ich nehme an, wenn wir es für eine Ecke herausfinden, ähm, dann wird es auch für die anderen. Guck. Das stört schon mal eine Einrichtung hier. Also, wenn wir es für einen Viertel herausfinden, dann wird es auch für die anderen funktionieren. Obwohl, hier ist es ja so ein bisschen drüber, ne? Hm. Hm. Nee. Nicht so ganz. Der hat erstaunlich wenig gebracht hier. Ah, es hat funktioniert. Okay, das war jetzt auch nicht ganz so einfach. Ja. Alles, was Margaret uns über dich erzählt hat, ist wahr. Und wir hoffen, dass du sie zufrieden hast, sie zu schützen. Geh das. Wir haben es mit dem Gollum, der Samuel serviert hat. Okay, die dritte Welt vor der Zerstörung verwahrt. Stecker. Sehr gut. Okay, das Wichtigste ist nur... Da komme ich nicht mehr ran. Okay. Das Wichtigste ist nur, dass ihr... Ja, ich möchte auch Margaret helfen, aber vor allen Dingen möchte ich, dass ihr da nicht unterleidet. Das ist sehr nett, dass du das sagst. Und danke. Und Entschuldigung, dass ihr durch Menschen hier so viel... Ja. So viel erleiden musstet. Stecker. Oh, sieh an. Was haben wir denn da? Dieses Teil wird sich noch nützlich erweisen. Ach, hier. Naja, nicht ich repariert, sondern sie repariert es. Na, danke schön. Die ist cool. Die finde ich gut. Kolumbine. Die finde ich cool. So, hier. Ach, hier. Das ist dieses Ding. Ja, okay. Was soll ich denn hier machen? Ich platziere alle Zahnräder so, dass ich die Paneel gleichzeitig einmal komplett drehe. Tausche Zahnräder aus, indem du sie... von einer Stelle zur gewünschten Stelle ziehst. Kann ich das mal testen? Weil ich weiß ja nicht, was... Hä? Okay. Das scheint mir ein bisschen random so... Ne, Moment. Kann ich nach Farben gehen? Ich kann nicht nach Farben gehen. Gibt es irgendeinen Hinweis? Da ist gelb. Moment mal. Ne, aber... Okay. Da ist gelb. Da ist ein roter Hintergrund. Aber das hat ja nichts mit den Zahnrädern zu tun. Das ist doch völlig random hier, oder? Dass sich die Paneel gleichzeitig komplett tauschen, die Zahnräder aus, indem du sie zur gewünschten Stelle drehst. Kann ich das mal irgendwo testen? Ach, hier kann ich das mal testen. Oh. Okay. Ich kann testen. Ich habe nichts gesagt. So. Also der dreht sich viel zu schnell. Dann nehmen wir mal den rein. Okay. So. Vielleicht. Ja. Na ja. Gut. Warte mal. Vielleicht den noch ein bisschen langsamer. Oh. Der ist zu langsam. Der ist aber extrem langsam. Okay. Die anderen passten schon irgendwie. Aber einen muss ich hier noch rausnehmen. Okay. Okay. Da nehme ich mal das ganz kleine rein. Ja. Okay. Nein. Gut. Aber der kommt immerhin ein Stückchen weiter. So. Und wenn ich den mittleren dort hin packe? Der ist viel zu schnell. Der braucht den langsamsten hier. Das war schon richtig. So. Jetzt ist der zu schnell. Das heißt, da kommt mal der Größere. Jetzt ist der zu schnell. Muss ich euch beide doch tauschen? Das war's. Okay. Okay. Da ist hier ihre Seele. Hey. Geht's dir gut? Das ist okay. Ein weiterer Teil von Margarets Seele. Ich muss so schnell wie möglich hier raus. Ich muss so schnell wie möglich hier raus. Wir müssen sie so schnell wie möglich mitnehmen. Gefunden Seelenkugel der Logik. Also es hat schon irgendwie alles so ein bisschen, ne? Hier Maschinenwelt mit Logik und da am Anfang die, war das nicht am Anfang die Liebe? Hey. Ich wollte nur Tschüss sagen. Ich möchte sicherlich gern helfen. Aber ich glaube nicht, dass ich Hilfe brauche. Tja. Tut mir sehr leid. Aber deine Prinzessin, der geht's wieder gut. Also vielleicht kümmerst du dich hier ein bisschen um sie. Hey. Okay. So, hier ist nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. Also wir sind mit der Welt tatsächlich komplett fertig, ne? Ja. Das sieht so aus. Okay. Margaret. Guck mal, was ich für dich habe. Sie sieht schrittweise nicht mein Ziel. Sie sieht irgendwie nicht so aus, als ob ihr das so gut täte, ne? Das sieht alles sehr schmerzhaft aus und so. So, lass uns mal gucken, was wir hier im Haus noch zu tun haben, bevor wir uns auf das nächste Abenteuer hinlassen. Hier, meine ich, war das doch mit den... Sind das nicht diese Marken hier? Ja, sind es. Okay. Info. Die Marken müssen sich an der richtigen Stelle befinden. Tiere müssen in ihrer Umgebung sein. Also sowas wie das Eichhörnchen zum Beispiel. Da, du bist hoch in den Wolken. Du bist hier und du bist dort. Einmal ringsherum getauscht. Uh, noch mehr Kohl. Können wir da auch mal hingehen? Ne, Moment. Museum hatten wir ja schon, ne? Egal, wir kochen jetzt was für sechs Minuten ein. Vier, zwei, Zahnräder. Oh ja, wieso eigentlich nicht kaufen? So, hatten wir eine Biene. Biene Mario. Ja. Ich fürchte, ich hatte hier in dem ersten Bild zu viel Geld ausgegeben für Schmetterlinge. Naja, war es nicht hier in der zweiten Welt auch? Guck mal, da fehlen so noch ein paar Teile. Hm. Ja, okay. Naja, schön. Oh, warte, da ist ja noch ein Schmetterling drin. Oh, warte mal, das ist das Schmetterling für das Baumhaus, ne? Wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich eine Aussprung in Form des Schmetter... Ja, im Garten. Genau. Ja, sag ich ja. Äh, Moment. So. Und dann hier hin. Und dann dort. Hier, ne? Auf dem Briefkasten. Mhm. Und was ist das? Warte, 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 nicht so schnell. Terpentin. Ähm, Farbe abmachen. Wo war das denn noch mit... Irgendwo sollten wir die Farbe entfernen. Äh, ja. Wundervollen Ausblick. Ja. Da ist auch noch was. Ne, Moment, da kommen wir nicht drin, weil wir erst das hier lösen müssen. Und da kommen zwei von den Dingern rein, die wir aber noch nicht haben. Hm, das steht uns auch noch bevor. Wo war denn das mit Farbe entfernen? Hier war das mit Farbe entfernen. So. Ah, sieh an. Das. Und ich liebe Springteufel. Der Uraussprung nach zu urteilen fehlt hier aber etwas. Das Zirkusdach. Oh, okay. Amulett Juwel. Okay. Und was ist das? Das Portal-Schlüssel. Cool. Ne, sonst haben wir hier nichts mehr. Cool. Okay, gut. Dann gehen wir gleich an das Portal heran. Gebt mir nochmal einen kleinen Augenblick Zeit. Ich hole nochmal Kaffee nach. Mir scheint das ist nötig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. Oh, mein Gott. Okay, gut. Vielen Dank.